Hallo. Hallo. Gehst du spazieren? Ja, ich geh jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich geh jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich mein nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich versprich's. Ich versprich's. Los, komm, lass uns hier abhängen. Wenn du so scharf auf den Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fossi. Es tut mir leid. слов an? Ah, es tut mir leid. und das war die Zeit mit HOF пdleden bater Uncle Liam. . Untertitelung des ZDF für funk, 2017